ähm, ja, herzlich willkommen für eine neue Folge in meinem C, ähm, ja, ich und mein Freund werden jetzt Minecraft zocken, wenn er rein kann oder nein, wir werden das Welt erschaffen so, geh mal rein okay, wo bist du? warum schaust du so wie ich aus? äh, nein, ich war mal so weißt du, wie ich ausschaue? wie D 전에 wie ich? ja � shooters warum machst du tot?! weil ich Tot heiße ja, ich bin Däne! Herzlich willkommen! ich hab schon... nein, ich dachte, das ist ne... nein ich komme heute heute ich bin für die beste braucht man eine eck heute heute erst mal sammeln wenn hier beim baum ich mach's nochmal Werkbank Werkbank hier ist die Werkbank kommst du dann um so ein Werk so warte ich mach erstmal für uns zwei Spitzsacken, Holz hier, hier ist mein Holz komm, lass Stein abbauen Stein, ja, ich weiß, da oben ist Stein ich bin hier du findest dich auch wirklich nie oder du weißt nie, wo ich bin hier, wie schnell bist du jetzt hier rüber? es geht auch rucki zucki oder geht es bei dir voll langsam? bei mir ist es dein Leben so schnell Scheiße Scheiße warum Scheiße oh mein Gott, voll hoch wie kommen wir jetzt zu dem blöden Stein? ich bin diski zucki zucki ach soo ich hab mir den Unwähl genossen ich weiß, wo ich steu jetzt ich bin da drüben aber echt so Juri ich hab schon mal achtet den Ey, lass hier unsere Haus, unser Haus bauen ey, ach so, das ist eine Kuh ich dachte, das ist so Wo bist denn du? Ach so, da. Ey, hier! Ich hab schon mal Stein. Wo warst denn du, du Penner? Ich hab schon ne Höhle gefunden. Ach so, die Höhle, du musst du... Ah da, du kommst der scheiß Penner. Angelaufen. Warum bist du gekillt werden? Warum, warum angelaufen ange... Ich hab schon Kohle. Echt? Nein, ich weiß wo Kohle ist. Scheiße! Warum springt der nicht automatisch? Bei mir schon? Ich glaub ich hab nicht... Du Penner wie bei mir. Ich bin schon so hoch. Das geht doch ganz scheiße. Ich bring dich um. Wie denn? Du hast kein Schwert. Da hinten. Wo da hinten? Da sind Berge, wo mir... Hau ab. Mann, hau du ab. Ich will mich hier hoch bauen. Was machst du? Ich brauche mich hoch. Scheiße, ich bin lieber. Schwuchtel. Du bist ein Schwuchtel. Ich hab nur noch ein Ding. Scheiße. Halt! Nein! Ich hab's noch abbauen. Cool. Wer zuerst seine Kohle ist, ist ein besserer Minecraft-Spieler. Oh, Maul. Wir sind doch sowieso fast gleiche Höhe. Servus. Wichser! Ich bin zu dumm zu fallen. Ey, das ist jetzt hier mega spannend. Man darf hier nicht runterfallen. Ja, ich bin oben. Wichser! Ja, ich bin oben! Warte, ich geh... Hast du die Workbench mitgebracht, du Wichser? Ja, da oben. Wir brauchen erstmal die ganze Kohle. Die da hängt. Aha, alles klar. Ja, alles klar. Ähm, ja. Huich, huich, huich. Wurde grad runtergerutscht. Also Danach. Ja, das ist ja schade. Ja, das ist ja schade. Kannst du die Hecke? Das ist kein Problem. Das ist das! um im jahr musste kurzer spiel verlassen haben was machen musste ich habe vor in diese hülle da oben zu gehen jetzt kommt der deoman jetzt kommt der deoman angeblich der deoman hör mal auf das stinkt ja richtig ich bin weg ich bin nicht mehr bei dir weil du nicht mehr im server bist du bist nicht mehr im server du nein weil du warte bleib stehen ich sehe dich servus joben hier oben hier liegt kohle nein das war meins dafür habe ich sieben kohle hier oben in der höhle hier haben es schon hochgekommen hier haben die Hoop geboren wätscher ich werb dir Sachen runter halt du dein maul hein hein warum ich habe hier auf meinem überlege ich werde dir gebaut wätscher das wackt bei mir voll Hey, ich kann es halt nicht bei dir, aber... Hey, was soll denn das? Was soll denn das? Was? Ach so. Nee! Geh auf meinen. Also wirklich! Geh auf meinen. Das spackt! Aber mega hat es gerade gespackt. Äh! Bist du bei meinen? Moin. Server wird gesucht, Gelände wird gebaut. Das ist Server, das ist Server, das ist... Moin. Warte, warte, warte. Wenn du nicht stehen bleibst, dann will ich dich nicht. Weil ich nämlich nicht bei dir... Du bist da hinten auf meiner Huste. Ich bin noch nicht mal im Server. Am Arsch, Gelände. Warum kannst du so gut mit Ding spielen? Ohne Steuerkreuz. Wo bist denn du? Hey, warum spielst du mit Steuerkreuz? Ich kann ohne Steuerkreuz... Wo bist denn du? Ich bin bei der... Das ist Kreuz hier in der Mitte. Ich hab schon ein Zuckerrohr gefunden. Und Otto D. Und Otto D. Oh, sah aber! Und, oh, spiel nicht. Kauf die besten Spieler! Und, oh, ne, 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 ne. Ich kann nicht verkillen. Ich kann nicht verkillen. Ich maul, ich kill dich. Oh, da hinten bin ich. Da hinten bin ich. Warte. Ich will dir echt... Hast du schon Eisen? Nee. Hey, was laberst du? Ich hab gestern jetzt angefangen. Achso, bist du da? Bist du da? Hey. Wo bist denn du? Hier hast du schon abgebaut. Da vorne. Was ist denn das? Da war du auch Versorgung. Keine Ahnung. Und Arschgeld. Kauf die besten Spieler. Und brauchst du Steuerkreuz für dich her. Oh, ich hab Höhle. Hab bitte dabei schon mal. Und Arschgeld. Warte mal, warte mal, das ist nicht bitte, 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 warte. Ah, hier ist, hier ist Lava. Hier sind bestimmt Dias und Eisen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin am Lava vorbeigekommen aus Hasbro. Ich bin am Lava vorbeigekommen, was hast du? Oh. Hier ist Wasser. Komm mir meine Bruder, ich nehm das Wort noch auf. Ja, das nehmt noch auf. Okay. Wir machen den Erfolge. Und nicht so wieder, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, wieder geschafft. Machen wir mal. Ich bin nicht mal, ach so, da liegt mal so gerade verloren. Nein, wo bin ich? Also, okay, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ähm, und ja, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich backe hier rum. Und abonnieren, wenn ihr kein Video verpasst. Und ich würde sagen, ciao, ciao. Und da... Und da... Und da... Vielen Dank.